Ich bin verbeamtet und habe mich auch hier an der Josef-Schwarz-Schule verbeamten lassen. Ich habe diese Sicherheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommen noch ganz viele andere Sachen on top, die man hier noch zusätzlich hat. Ich kann mit einem Kollegen im Klassenzimmer arbeiten. Ich brauche mein privates Geld nicht mehr ausgeben für Ausstattung. Ansonsten ist es kein großer Unterschied, außer dass es besser ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017